So, ich habe vergessen das Intro mit reinzuschneiden. Ich drücke jetzt hier auf den Klon noch einen ab und zwar habe ich meine Restdosen leer gemacht. Das werde ich im übernächsten Video mit reinschneiden. Also nicht wundern warum da so ein Karton erstmal zu sehen ist. Das sind insgesamt sechs Stück. Das werdet ihr aber in zwei Wochen sehen. Das gehört mit zum Projekt. Ich werde meine Restdosen mal los. Da sich das auf 600 Dosen ganz grob 550, 600 Dosen beschränkt. Ja gut. Dann viel Spaß beim Video. Achso ist ein bisschen anders geworden weil eigentlich alles anders geplant war. Nicht über den Videoschnitt wundern. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre ganz nett damit wir endlich mal besonders ein Abo, dass wir die Werbung wegkriegen. Da ich mich, wenn ich monetarisiert bin, Werbung ausstellen werde. Da ich damit keine Kohle verdienen will hier. Dann kann ich das ernähren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020